Hallo Leute! Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Plays Siegel auf meiner zweiten deutschen Übersetzung für die G-Trans. Mit dabei ist wieder die Knacken-Kilbel. Knickknack! Mit dabei ist die... Ich fahr mal durchs Haar Mary. Hallo! Wiii! 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 Und los geht's! Wir waren hier ja schonmal. Also sollte das kein Problem sein jetzt für uns hier die ganze Gegner platt zu platten. Platt zu platten. Ich wusste, ich hab mir gemerkt, dass da einer versteckt war. Na, Todesrad. Oh, jetzt können wir das Traumkraut mal benutzen. Was für ein Traumkraut? Das habe ich rausgepackt. Oh, jetzt muss man rausgehen. Ne, aber ein Shuyuki ist so viel besser als ein Traum... Wozu eigentlich ein Traumkraut? Na, damit wir den einschleifen können, oder? Das kannst du doch gar nicht! Doch, das ist die normale Gegner, die kann man da gut einschleifen. Nein, das ist Tag-Nachwechsel. Kannst du nicht einschleifen mit Traumkraut? Ach so, das ist Tag-Nachwechsel. Ach so. Leider. Na, das ist ja total scheiß, ne? Leider. Maner Gottes. Maner Gottes. Oh, fuck, da ist ein Ritter. Ich hab' ich gar nicht gerallt. Ich drücke mal auf eins. Ah, jetzt seh' ich den. Da ist der... Die Mutter auf Ritter. Ich zieh'n den so gut wie nix ab, ey. Todeswurf. Schön, wenn du. Kannst mir sehen, wie ich's mach' Weil ich's schläge. Der tot ist tot. Der tot ist tot. Der tot. Der tot ist tot. weil er voll platt gemacht weil mir den todesmove des todes guck mal er hat meine steuerung jetzt kann ich dir zeigen wie man angreift guck mal erst man muss hier das ist die strategie mary heilen ja und dann ja voll den typen kickpunch kombo von kopfhauen und dann ist ein normales special und dann kann nämlich genau aus maria special machen siehst du so geht das ich bin ja nicht doch noch nicht noch nicht jetzt bin ich so musst du das machen so musst du du musst für die gruppe kämpfen und denken mache ich immer ja wir sind nicht mehr wort auf war kraft was eindeutig ins hiel player games und jetzt da rein oder mal links lang und da wo wir dann müssen wir sind glaube ich links lang das letzte mal links ja da drin ist glaube ich gar nicht so ein leerer raum nix also wenn der nächstes guck mal rein zwar gesagt er das von der krasse nicht mal das nix da kann ich mich auch noch ja jetzt wo ich es gesehen habe ja hier ist ja heil und so ich komm zu dir dann dauert das heil nicht so lange das sg heil ss ek heil ss ig heil das heißt das sg du mal zusammensetzen sg und jetzt noch heil hin was hat denn der charakter musik damit zu tun ja ich habe es gerallt man das ist unglaublich unglaublich man kann man wieder nicht mit ihnen spielen herr kb da kann man schön doch es gibt wir machen mal ein special endlich das ist bloß etwas behaftet dieses wird diese wortkombination diese wird kommen diese wird kommen die gelöften wird kommt ich als jetzt hier und heil dich selber mein ob es wird diese wird kommen und dann mach endlich bei den fucking special was schon seit drei minuten die aufhebste dann entsteht es mit mir für besonderen augenblick für den weihnachtsmann was nur eine socke das ist sehr cool na endlich kriegt die mary auch mal ich weiß nicht wie vitalität stärker und da kannst du die leute voll einer reinklopfen naja gut dann kannst du in die usa gehen kannst dann ja so eine sache anbieten wie für 1000 dollar einmal gesichtsklopfen geist für mehr für schneller zauber eigentlich mehr schneller geht auf keinen fall das hat uns was schönheit tot und ein stumm stumm und fast tot stumm ist also wenn ich stubst dann würde ich stund ja kann mein special nicht einsetzen weil ich stumpe das ist ein stumm zu mir richtig zu tief um weiter zu gehen wir brauchen den barriere suit ich habe gedacht so mit drei menschen hat nicht die welt es ist nicht alles käbel was glänzt ich helfe dir mal genau zeigen wir das jetzt was gelernt hast da guck 80 alter zeigt jetzt mal wie ich das mal naja das sieht gleich ganz andere fuß und nicht das schon gesehen wie viel abgezogen oder hast du das großzügig übersehen der hat überhaupt nichts abgezogen gekriegt 282 wenn ich den nur einmal mit dem kleinen finger oder kriegt der 500 bezogen ich traue mich nicht bei den gegnern oben anzufassen weil wir dann den screen wechseln da kommt schon runter und wenn die marie da weg kommt runter wie fühle ich den jahr ziehen mit zwei hauen lang witzig ich habe 280 und du bist ja wochen komischer wolf der nicht mehr verwandelt ist so ich zeig das nur für dich zeige ich das nochmal achten achten da zwei das war 20 mehr als ich ja dafür habe ich nämlich zwei schwörter und was mit der blanken faust zugehauen also bitte die kiste werden ja ich bin eh fast tot habe nicht du hast okay was den seltsamen heil heil mich heil mich heil mich heil dich ich mach's jetzt die teile schon ha ich bin schneller mit meinem bonbon du mit deinem bürger kann man hier runter eigentlich nirgendwo nicht ist tut mir leid ich bin also gern mit ihr wort langgegangen aber nein schön wieder die kleinen fischer hier wie ich das hätte ich also diese qualle in die qualle des todes doinkie doinkie das mache ich wirklich wiki schickimicki machen ja voll schickimicki hier wird der endboss auch nicht ganz ohne sein wenn die gegner schon steht es geht eigentlich nur ich weiß nicht bist du da also die ex natürlich rein aber die haben schon immer reingehauen was machst du du cheater ich kann ich kann mich daran erinnern dass die dass die ist das für eine geschwurte ich kann mich daran erinnern dass man das erste mal hier wollen und uns von der möhre da mache ich nur gucken was hier an geht es sich am mensch am arsch alter ist was cooles dann später mal ja da ist da da kommt das maßerschwert dort todes mama der todes popo des todes der todes provo ist das so könnte mein charakter jetzt bitte mal wieder mal angreifen ich nehme ja ja dann kann mich immer noch er kann mich nicht heilen erst stopg nehmen auch nichts beim im problem in der blöcke so ist manchen schüler nur pg 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 und die tinglingeling und merkels aber auch mal heilen ja ja fast 300 hp zu wenig braucht es doch nicht so ein bisschen ist natürlich mal runter und was heißt das sicher dicker natürlich natürlich sicher wo die sicher wo die aber mobil über die habe die qualle gehauen was gesehen wie die abgegangen sind was jetzt hier maximale habe hier und die ganze zeit schon aber ich habe das gefühl die machen ihre eigene maximalen habe herunter dream crowd auf den ich habe so ein hacke bei ausprobieren hackbeil stand da ein text schädigt einen entfernten gegend pro jahr 35 egal hat sich richtig gelohnt oder damit macht er weg muss alle und noch was neu ist rein bei dem jetzt total voll krass das die effektiv steht in p ist das für scheiß du bist das ist scheiße in stereo scheißen was ist denn hier jetzt in 3g wir müssten nicht mehr einfach mal anfangen es vergiftet geile scheiße jetzt ist noch nicht die augen geht es unbedingt auf den auf den ertragen da unten ja heilt sich der hier ist ja mal irgendwas anderes wie soll das was wir um die hat so wir könnten den auch einfach jedes köln da kann ich das auch ja wir haben gemacht krass wir sind so gut da muss man jetzt hier hoch zur kiste ich glaube wir wollen wir aber schon mal wir waren ja wir sind ja schon hier gewisse hier sind gestorben ist jemand den drachen gerufen ja hier gerufen nein das war ein stückchen weiter oben also unten also auf einer empore war das wir müssen jetzt erst mal das wasser ablassen ja wir ganz schön schalter wegen entspannen mal da ist der schalter ja sag ich was wirst du tun was zum lesen was wirst du tun das ist schon mal nicht ja ich nehme mal da ich auch was soll von dem anderen nee du bist da wieso wir nichts passiert dann muss es dann laterna 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 sondermut und sterne dann die normale ja jetzt bist du dran ich nehme es hier noch ton alter hat geräusche von fließenden wasser oh mein gott was kann es nur bedeuten nein 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 wir müssen zurück und dann wir auf den zettel lasst mal die magia qualen magia 40 kommt irritiert im dating so viel kriegt ja bei dem gegner haut irritation ja ich kann nichts mit dem zettel machen wie nix ja es kann jetzt sein haben wir schon das gelesen das stand der was mit dem schalter aber jetzt haben wir dann kannst du das dann auch gehen schalten da oben waren wir doch schon hier waren wir schon ich will wissen wir waren nix ich glaube es die kümmerung weil ich doch hier den drachen geholt habe und den drachen den dritten habe ich da auch gerade geholt die zelle haben wir nie im leben gelesen doch aufgestanden doch das stand irgendwas mit dem schaltern im doktor in dem schalter und wann standest du vor zehn parts ne vor elf meine ich tschuldigung also ganz genau minuten 73 echt jetzt ja wir waren ja wirklich schon ohne schweiß ich weiß dass wir hier schon waren aber wir waren noch nicht da oben auf der emporo waren wir ja stimmt da haben wir doch diese kiste und dann habe ich uns weggebracht ja okay also müssen wir zurück oder was also ich zeig dir das ja zeigt mir ja ich komme mir gar nicht so dann wollen wir hier und dann wo kommen wir da raus hier war eine kiste da habe ich ungefähr hier auch uns mit dem drachen wecker holt ja ja jetzt erinnere ich mich wieder und da stand dann nocturne halten würde ich ja noch gar nicht oder wie darum haben wir das netten war schon ich weiß zumindest ist der ritter weg ritter eisenherz weise kurz das weiß ich zumindest wo wir sind die karte so eine scheiße mit der scheiße der joh wicke 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 um sommer der heimann um eine heilungsrunde was meine sporen machen messerrunde wenn man geht es um die zu gehen aber wenn du beim empfels respite die sie Tja Leute, wir sehen dann im nächsten Part, wie es ja weitergeht. Jetzt wieder heißt Let's Play Seed of Mana, zweiter deutschen Übersetzung für den G-Trends. Macht's gut, bis dahin und wuhu, tschau'sen. Bis dorthin.